hallo ihr lieben und willkommen zu einem ganz besonderen reading heute denn ein reading das uns ein bisschen vorausschauen lässt was schauen wir uns an in diesem reading wir gucken bis zum jahresende warum bis zum jahresende ich habe diesen impuls schon gefühlt seit ich weiß nicht wie vielen tagen mit euch dahin zu schauen karten zu ziehen und ich habe jetzt kartendecks ausgewählt die wir verwenden um einfach mal zu gucken was kommt denn da auf uns zu bis zum jahresende denn ich habe es ja schon öfters in den maya readings gesagt dass da allerhand am passieren ist und wenn ich mich einfach so umschau und auch von den dingen die im herbst auf uns zukommen wir wissen wo wahlen anstehen sei es hier in deutschland sei es in amerika sei es um uns darum dinge die geschehen all das hat ja einen gewissen einfluss dazu kommt dann natürlich noch andere einflüsse und wenn ich da auf den maya kalender schaue haben wir eben einen heißen herbst nicht nur von irgendwelchen wahlen die da sind sondern auch energetisch und ja das jahr 2024 hat die besondere energie dass wir eben zweimal vom zölkchen her weil es ist ein wechsel im zölkchen durch diese besondere kreisläufe der portal und zentrumstage geführt werden das heißt wir haben allerhand vor uns also es geht dann so ende september in die maya heilwelle wir haben dann ende oktober da geht es schlag auf schlag zehn portal tage am stück 20 zentrumstage noch mal zehn portal tage und wenn wir dadurch sind sind wir direkt schon in den sperrnächten bevor es dann an weihnachten in die raunächte geht also das ist energetisch ist schon allerhand was da auf uns zukommt und da habe ich jetzt noch nicht mal astrologisch irgendwo geschaut da könnten die astrologen noch viel viel mehr dazu sagen also es ist allerhand was da kommt jetzt haben wir 2024 das jahr der herzenswünsche auch das spielt hier mit rein und hat besondere energien und deswegen möchte ich mit euch jetzt einfach gucken mal ganz pauschal die karten befragen was kommt auf alle die hier regelmäßig zuhören bis zum jahresende was kommt da auf uns zu was passiert und dann gucken wir mal was die karten sprechen wir holen aus dem ersten kartendeck drei karten die uns dann schon so eine erste tendenz geben eine erste richtung geben und ja dann bauen wir weiter drauf auf und da haben wir sie schon alles wir starten und gucken und haben oh halleluja hell ich bin bereit für veränderung und wachstum der text gefällt mir wenn wir das bild anschauen da schluckt man dann schon erst mal ein bisschen aber das ist natürlich eine göttinnen energie und diese dame die wir haben ist transformation pur und wenn sie kommt heißt es eben es wird viel transformation viel veränderung viel wachstum geben allein mit dem was ich euch schon gesagt haben portal tage zentrumstage und 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 zeigt uns ja hier natürlich was hier passiert jetzt haben wir hier hell die göttin der unterwelt also es ist eine ja eine herrin der toten und das ist natürlich wo man so denkt so man hält erst mal ein bisschen die luft an aber hier ist ganz ganz wichtig hell weist auf das ende einer phase hin und beziehungsweise ein kapitel im leben wo wir auch einen schlussstrich ziehen sollen sollen und dürfen also das ist ein übergang wo wir von einem alten in einen neuen situations zustand kommen es ist wachstum aber eben auch tatsächlich und das ist das berühmteste aller beispiele ist von der raupe zum schmetterling und dieser prozess zwischendrin ist ja der 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 transformativste ist also ihr wisst was ich meine und das zeigt hier einfach nicht die luft anhalten sondern durchatmen nicht an altem festhalten sondern wirklich ja sagen zur veränderung die positiven seiten des wandels zu sehen und hier tatsächlich auch den wachstum zu erkennen die chancen die veränderung die hier möglich ist also wir schließen ein kapitel ab machen ein neues kapitel auf wow 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 guan yin kommt noch dazu und sagt ich setze mein mitgefühl in konkrete taten um guan yin ja bei ihr ist es eine energie die wirklich die güte hat die empathie hat und dass das ist eine energie die einfach sagt dass man auch sein herz öffnet und sein herz auch öffnet für das leiden anderer man steht menschen auch bei jetzt ist die frage hast du ein leid oder stehst du jemand bei beides ist hier möglich aber auch es ist so eine rückkopplung das ist das ist ja wie wie zwei kriegsverletzte die sich gegenseitig stützen um nach hause zu kommen total bescheuertes beispiel ich weiß sorry aber dass das ist das erste beispiel das mir jetzt so eingefallen ist weil das hier wirklich auch auch eine ein gegenseitiges helfen ist und das ist energieausgleich der hier stattfindet also durchweg eine positive energie wir haben noch nemettona ich erschaffe mir einen heiligen raum nemettona auch wenn sie kommt gehen wir in eine energie hinein in das keltische die keltische kultur und ja was bringt sie für eine energie mit sie bringt eine energie mit wo sie sagt ja wir brauchen zeit für uns wir brauchen zeit für einen altar wir brauchen auch zeit für schöne dinge um eben uns auch mit freundinnen zu treffen und da kommen wir genau das an diesen halt beziehungsweise sich gegenseitig den flügel halten um gegenseitig fliegen zu können also also etwas geht hier mit rein und man darf sich helfen man darf sich unterstützen und vorwärts bringen und da wird eine ganz ganz neue fülle entstehen also ihr merkt schon da ist wahnsinnig viel umbruch energie veränderungs energie aber sehr sehr positiv das ist zwei drei vier fünf menschen die aufeinander kommen sich gegenseitig stützen vorwärts bringen also da ist auch ja wird diese transformative energie dass das das ist auch energie gesunde energie die da dazukommt also sehr sehr schön wir ergänzen das direkt mit dem zweiten kartendeck auch hier holen wir uns drei karten zu dieser veränderungs energie weil das passt einfach mit mit alle dem also ich weiß nicht wie es euch geht aber man spürt man fühlt da kommt so viel neues auf uns zu da kommt bewegung in etwas aber doch auch eine bewegung wo wir eben einfach noch nicht wissen was passiert da konkret jetzt haben wir ja da schon so ein bisschen gehört wir stützen uns gegenseitig die kraft der bestimmung wow die kraft der bestimmung also es geht für uns unter dem strich eben genau um das thema der bestimmung und wenn die bestimmungen so heftig anklopft heißt das du bist gerade auf einem selbstfindungstrip auf einem selbstfindungsweg du bist auch dabei diese bestimmungen sehr sehr deutlich zu finden aber auch den passenden ort dazu zu finden um eben auch ganz ganz alten schmodder loszulassen und das das wird im laufe der zeit sehr sehr deutlich was deine bestimmung ist wo es für dich hingeht und das wird hier ja dann wenn die ich weiß nicht wie es euch geht aber das erinnert mich an ein spielbrett wenn alle spielfiguren aufs brett kommen und dann dann geht es los wenn du dich fragst warum geht es noch nicht los dann sind noch nicht alle spielfiguren auf dem spielbrett und das ist genau das was wir hier sehen was hier angedeutet wird also super super interessant leib und seele ja leib und seele also auf dem weg zur bestimmung geht es für uns um leib und seele leib und seele bedeutet natürlich auch dass man sich um sich selbst kümmert aber dass man auch teil eines gesamtpaketes ist also zwei die sich die flügel halten die sich stützen um zu einem ziel zu kommen also es ist ja auch eine gewisse einheit die auf eine besondere art und weise entstehen wird die hier zusammenkommt also menschen deswegen es müssen alle aufs spielbrett kommen um in bewegung zu kommen und dieses spielbrett das wird stumm sein solange noch nicht alle spieler da sind also wow hinter der illusion auch das kommt hier noch dazu wir haben hier einen spiegel der einen wirbel in sich hat und hinter der illusion heißt einfach auch und da kommen wir wieder zu dem punkt was wir hier schon gehört haben diese alten konditionierungen die da sind manchmal hat man so eine brille auf und hier wird jetzt so gefühlt durchgewirbelt dass man diese diese fehlen fehlgeleiteten wahrnehmungen die da sind diese ja all das das was verzerrt ist dass man das ablegen kann und ablegen darf eben warum weil man jetzt tatsächlich sich selber erkennen darf und seinen weg es geht darum dass man viel an illusion hinter sich lässt es geht darum dass man merkt was ist denn da so ja einmal dieser alte schmutter einmal eben die diese dinge wo man sagt hey das lasse ich jetzt hinter mir ich will in eine bewusste veränderung das ist eine energie wo man auch sagt ich will mein leben leben also etwas kommt hier mit dazu jetzt sehe ich wir brauchen mehr platz denn es kommen ja noch einige karten auch hier aus diesem kartendeck holen wir uns noch drei karten dazu um eben noch besser zu verstehen was hier für uns und mit uns geschehen soll mit eben diesen ja diesen veränderungs energien die uns hier vorantreiben schaut euch das mal an lasst das einfach mal erst mal wirken diese karte also ich muss sie gerade auch mal wirken lassen weil da ist so viel ja auch an informationen mit dabei allein schon von dem bild das hier uns mit zeigt denn dieses bild und diese karte zeigt uns es geht auf der einen seite um stärkungen es geht um achtsamkeit es geht um aufstieg aber die karte sagt uns auch es ist diejenige die die jetzt hier gerade dabei ist auf die bühne des lebens quasi gewissert gewissermaßen zu treten und dieses auftauchen aber das hat für mich auch eine aufblühende energie das ist eine energie die sagt ja tschakka hey hier bin ich und hier möchte ich sein also das ist aus dem tiefsten gewässer hoch tauchen eine energie die einfach sagt schau dir alles an und jetzt schon mal wo das liegt bei der bestimmung bei diesen bewussten veränderung die diese energie die helder auch mitbringt diese energie die uns schlichtweg sagt es ist transformation es ist veränderung es ist wachstum also wir werden hier nicht durch etwas durchgejagt was für uns schlecht ist im gegenteil es ist etwas was für uns sehr sehr positiv ist guck mal das an das ist eine blühende energie die hier mit dabei ist aber diese karte sie hat noch viel viel mehr bedeutung denn sie ist ja hier die zweite karte und es sei eine führungskarte eine macht karte aber auch es heißt sie die anstiftet also da ist eine energie dabei wo man etwas in bewegung bringt wo man vorwärts schiebt jetzt haben wir das hier unter kuren yin und unter leib und seele also im endeffekt auch dass in dieser gemeinschaft was man hier sieht jemand ist der den motor hat der treibt und wie kann man das jetzt vergleichen mehrere personen vergleicht es mit dem auto eine person ist die reifen eine ist der motor eine ist die sitze und der mit dem motor der treibt einfach das auto an schiebt die anderen an um dann zu einer einheit zu werden um ein gemeinschaftliches ziel zu erreichen ein gemeinschaftliches ziel hier auch ja in bewegung zu bringen also ihr merkt da kommt aus der gemeinschaft etwas ganz ganz tiefes großes hervor und dann haben wir noch sie die wartet okay was ist jetzt hier was hat sie jetzt wieder mit dem warten auf sich und da kommen wir genau an dem punkt was ich vorhin schon gesagt habe es geht um geduld es geht aber auch um bestimmung sagt sie und da kommen wir wieder hierhin die kraft der bestimmung alle spielfiguren müssen auf das spielbrett also bedeutet natürlich für den einen von uns dass die figuren auf dem spielbrett vielleicht schon da sind es geht schon los und bei dem anderen ist es erst der august und bei dem nächsten september oktober also alles bis jahresende bei jedem kommt hier etwas in bewegung und das geht vorwärts und wenn sich nichts bewegt sind noch nicht alle figuren da haltet euch das immer wieder vor augen also ich finde das super 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 interessant wir holen auch hier und hier möchte ich zwei karten mit euch holen weil wir hier karten haben wo es um heilung geht und da würde ich sagen ja zwei karten ist der impuls den ich habe dass wir die hier holen und dann können wir immer noch entscheiden und schauen ist das genug was wir hier benötigen lernen entschuldigt dass ich so schmunzelt aber es passt mal wieder aus dem maya kalender denn ich habe es ja zu beginn gesagt wir haben den zolkin kreislauf und der zolkin kreislauf der endet anfang juli der endet um wieder von vorne zu beginnen weil zolkin ist ja der spirituelle teil des maya kalenders und wenn wir da von vorne beginnen gehen wir wieder in die lernphase und jetzt sehen wir das dass wir ab juli in die lernphase gehen also ganz konkret ab dem achten juli beginnt die lernphase wo wir wieder ja verstehen lernen umsetzen die natur auch das ist für mich total stimmig wir sollen und wir dürfen in die natur hinausgehen um da auch unsere kraft orte immer wieder zu finden auch das ist hier mit dabei zeigt mir aber auch dass es wichtig ist vielleicht dass du ja von den kraftorten her dass das kann auch richtung richtung eines klosters gehen das kann richtung noch so vielen vielen mehr gehen also einfach wo du rückzug hast wo du hast kraft orte kirchen du musst nicht mit der kirche verbunden sein aber wenn es dich zu einer kapelle zum beispiel zieht dann hat das seinen grund dann ist da etwas dass dir so einen nächsten impuls gibt und informationen und dass das zeigt es hier sehr sehr deutlich ich habe heute noch außer den crystal of serious basic cards hier noch die kipper karten dabei einfach weil ich ein bisschen mehr noch informationen wollte und ich habe mich entschieden einmal sieben karten zu ziehen und einmal fünf karten das war der impuls als ich die kartendecks heraus geholt habe um eben gewisse abläufe zu sehen und entwicklungen und wir starten mit den kipper karten wir holen uns insgesamt sieben karten und diese karten sollen uns dann einen gewissen weg zeigen der hier für uns stattfindet und wo wir etwas genauer hinschauen sollen und hier ist ganz wichtig es ist ein übergreifendes reading es ist für uns alle aber eben auch in gewissen fein nuancen zu verstehen und zu erkennen und das solltet ihr immer berücksichtigen gucken wir mal wir haben die erwartung die karte erwartung sagt es schon man hat eine gewisse ja erwartungshaltung man man wir haben wir auch eine dame die guckt zu dem fenster raus das ist man hofft auf etwas man beobachtet auch etwas man ist noch nicht in der handlungsposition und schaut mal was habe ich gesagt bis alle spielfiguren auf dem spielbrett sind und dann dann geht es erst los und das bestätigen jetzt hier nochmal also ich lege es doch ein bisschen weiter ich sehe gerade ihr seht das nur begrenzt erwartungshaltung also das ist noch noch nicht der startschuss wir haben die karte um werben die karte um werben zeigt uns ein pärchen das kann natürlich wirklich sein dass für einen teil von uns es hier um amor geht der seine pfeile abschießt dass hier auch verschiedene treffen da sind es heißt aber nicht unbedingt dass amor trifft manchmal ist es auch so dass man auf jemand trifft man merkt so wow da passiert etwas diese person kommt aber auf den plan damit wir etwas anderes in unserem leben erkennen und jetzt erinnere dich es geht um die bestimmung es geht eben auch darum dass man hier in bewegung kommt aber auch gemeinschaftlich also da ist einiges am geschehen da ist ein erblühen also auch das erblühen braucht man vielleicht hat man schon lange nicht mehr gedatet und dann kommt jemand der macht einem nett und einfach und man merkt auch das geht ja noch also auch so etwas gehört hier dazu das große glück kommt hier mit dabei das große glück zeigt einfach dass die gesamtsituation wir haben hier können fortuna die hier füllhorn ausschüttet es ist eine sehr positive karte und sie sagt ja es wird hier eine positive entwicklung geben es wird hier vorwärts gehen und das alles sehr sehr positiv bei all den dingen die wir hier umsetzen in diesem ganzen bezug mühe und arbeit kommt noch mühe und arbeit zeigt natürlich auch okay es wird jetzt nicht einem nur in die hände gelegt also dass man sagt ich mache meine hände auf und fortuna schüttet aus und das war es dann ein bisschen was muss man schon tun und wenn du sagst ich muss was tun das zeigt hier dass hier ein prozess in bewegung kommt das ist etwas maschinelles und da möchte ich dich erinnern hier ich sage ja immer wieder jetzt schon mehrfach sobald alle figuren auf dem tisch sind und das zeigt sobald alle figuren auf dem tisch sind kommt es in bewegung also du musst etwas tun im sinne von du musst auf dem spielbrett bleiben und nicht den kopf in den sand setzen sondern wirklich bereit sein dass hier etwas in bewegung kommt und ja das ist eben nur wenn du auf dem spielfeld bleibst und das spielfeld nicht verlässt die gemeinschaft haben wir hier noch für mich total stimmig weil wir ja schon hier gesehen haben dass es um gemeinschaft geht man sich gegenseitig hält man sich gegenseitig unterstützt in einem prozess also das ist auch ganz viel familie was hier ist das kann auch seelenfamilie sein also unter dem strich eine sehr positive energie eine helfende energie das reiche mädchen kommt noch mit ins spiel und ja das reiche mädchen das bedeutet natürlich es ist hier eine dame aber es ist auch eine schönheit eine ausstrahlung denn schaut mal den unterschied von hier zu da da ist noch eine erwartungshaltung und hier da ist so ein aufblühen und das aufblühen haben wir ja gesehen dass eine blühende energie passiert und es wird einem hier leichter gemacht also du bekommst unterstützung von anderen eine stützende energie die dich schiebt und das ist gut so eine reise ja die reise sagt uns man steht hier am bahnhof man wartet darauf dass man wegfährt das ist eine reise aber diese karte hat noch viel mehr inhalt denn das ist ein aufbruch da kommen wir wieder hier oben hin zu der allerersten karte denn das ist ein ortswechsel das ist auch mit einem umzug verbunden das ist etwas wo man mobil wird wo man sich fort bewegt man hat eben diese aufbruchstimmung also ich glaube dass wirklich für für einen teil von uns urlaub ansteht und für einen anderen teil der ortswechsel also wirklich der umzug und das steht alles unter einem ganz tollen stern also all diese bewegungen sind wichtig super super spannend und ich habe schon so einen schmunzler im gesicht weil ja ich denke gerade an ganz ganz viele personen aber ich finde das faszinierend und jetzt holen wir noch die crystal of serious basic cards dazu und ich habe gesagt hier ziehen wir uns fünf karten noch dazu einfach als ergänzung für die kippa karten um wirklich hier ein ein großes weites bild zu bekommen und dieses bild das uns hoch da fliegt schon die letzte karte im hohen bogen um uns noch deutlicher zu machen was hier kommt so aber ich lege die karten hier glaube ich drüben hin dass wir sie besser sehen können entscheide dich also eine entscheidung steht an und schaut mal das liegt jetzt genau auf der reise beziehungsweise auf eine ortsveränderung du entscheidest es ist dein leben und dieses leben das möchte gelebt werden das sehen wir hier relativ deutlich glückliche umstände hier das wiederholt sich noch mal fortuna die wir haben also es kündigt sich etwas glückliches an herzens menschen das ist das schöne das können verliebtes sein also passt auch zu dem um werben aber auch die menschen die man sehr 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 gerne um sich hat und hier haben wir schon gesehen gemeinschaft dass man in der gemeinschaft etwas ganz ganz tolles hier entstehen lassen kann und da kommt es schon es wird vielleicht nicht der große geldhaufen sein aber wunderbare fülle wird entstehen wunderbare momente werden entstehen also etwas ganz ganz neues und wir haben hier noch die lösung die sicherheit die stabilität also dass das ist ja dass das ist wie so eine win-win situation also mit dieser gemeinschaft wo mehrere miteinander verbunden sind das wird für alle beteiligten eine win-win situation und das ist gut so das ist richtig richtig gut und ja das ist machbar das ist hier wow das ist hier wow also bei mir rattert gerade selber der kopf weil ich weiß natürlich von mir ich weiß von vielen freunden und bekannten ich weiß von vielen stammkunden die situationen und wenn ich diese karten anschaue da rattert es gerade im kopf weil ich mir denke wow was wird hier wunderbares geschehen ich für mich habe da schon einige ideen ich hoffe euch geht es genauso denn das das ist schon sehr sehr deutlich was die geistige welt uns da mit gibt dass es große veränderungen geben wird dass vieles ja aus uns herauskommt mit der bestimmung mit der veränderung und einiges konkreter einiges noch nicht ganz konkret aber ich glaube schon mal sehr sehr viel deutlicher als gar nichts zu wissen ihr lieben das war das impuls reading für das was im jahr so gefühlt das nächste halbe jahr auf uns zukommt bis zum jahresende es bleibt spannend und ich schicke euch heute wie immer ganz viel licht und liebe und in diesem sinne namaste